Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, ihr habt mir Kommentare geschrieben. Castanero hat geschrieben. Hi, du hast bei den Raketen mit Hilfe des Filters automatisch Touristen automatisch ausladen. Sollte man die Rakete zu einer Solaranlagen stellen? Die produzieren ja beim Start und der Landung Staub. Ja, ähm, so, also ich glaube, das hier ist, ich glaube, das ist der Radius, der Staub erzeugt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ding jetzt wirklich Staub erzeugt. Wie gesagt, ich kenne mich nicht wirklich in dem Game, also ich weiß nicht, wie man so ein Bauspiel spielt, aber ich kenne natürlich bestimmte Features nicht, die es vielleicht drin gibt. Wenn das jetzt selbst ein Staubrad ist, wäre, würden wir vielleicht hier genau die Grenze erwischen. Und ich glaube, hier wäre es genauso. So, ähm, das andere ist nicht gleich der Drohnenradius, wenn ich mich nicht sehr komplett irre. Ähm, und ich habe irgendwas automatisch eingestellt, das, was? Du kannst bei den Raketen mit Hilfe des Filters, bedeutet, ich könnte rein theoretisch bei Passagierraketen einen Filter machen. Ah, schauen. Bedeutet, ich kann Spezialisierung Tourist auf Ausschalten. Haha! Ich habe auch da nur die sechs passende Bewerbungen. Super. Lohnt sich der Staat ja gar nicht. Okay. Ähm, ah, coole Info. Danke, Castanero. Dann haben wir noch Smee, der Maske. Haraximus, äh, wie soll ich sagen? Deine Wasserproduktion ist ziemlich ineffizient. Deine 11 Feuchtigkeitsreparaturen im Hintergrund ist jederzeit, äh, jeder einzige Bewerbungen hat einen Radius. Ebenfalls eben einen großen Abstand bauen. Höhere Wasserbetrag. Das wusste ich nada niente. Ich habe sie immer zusammengebaut. Und bei dem Klatschratei hier ergibt es jetzt auch gerade Sinn. Bedeutet, ich müsste die eigentlich auseinanderbauen. Ich glaube, wenn ich das Ding jetzt abbau, kriege ich die nicht mehr zurück. Was ich jetzt denke, ist aktuell nicht so schlimm, weil wir haben ja die Pumpe und wir konnten hier noch Pumpen aufstellen und da noch Pumpen aufstellen. Also denke ich mal, ja, ist doof. Müsste man wieder abändern und wahrscheinlich schon schön verteilen. Oder so zwischen so die Solaranlagen, so Reparaturen noch stellen. Ähm, aber ich denke, das lassen wir fürs Erste einfach. Ähm, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch für deine Infos. Das ist sehr interessant, das habe ich jetzt überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe das schon immer so gemacht. Ich habe immer so eine Linie gemacht, einfach durch und habe gedacht, das wird schon passen. Ähm, als erstes tun wir gucken nach Miss Jonas. Ob es aktuell noch welche gibt, die wir einfach so easy mal erfüllen können. Was ist das hier? Das ist die Kolonie Blumenzern. Meteoritenfänger, zusätzlich für das Inventar 60 Treibstoff. Dann geht halt ein Hagel nieder. Darauf habe ich irgendwie jetzt nicht so Bock. Ähm. Ah, zack. Ah, da kann ich hier sozusagen Satelliten starten. Wo kann ich denn Relay-Satelliten? Dafür brauche ich ordentlich Ressourcen. Dort viel Stolz bringt 400 Wissenschaft. Ich glaube, das lassen wir fürs Erste. Wir schicken erst mal, äh, lassen wir die Raketen fürs Erste mal da. Das nervt mich halt, dass die da und blinken. Aber das wird schon sein. Wir haben hier aktuell gebaut. Und da ist auch unser Roboter unterwegs. Ähm. Was brauchen, ist für hier oben Maschinenteile und, äh, Maschinenteile. Also müssen wir nach oben mal wieder Maschinenteile fahren. Ähm. Und schon, dass wir da welche hier vorne abziehen. Das waren hier die. So. Dann wieder mal in den Play-Modus. Und fährt der jetzt zurück. In einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Was fehlt denn aktuell noch? Aktuell fehlt noch ein Beton. Oh. Und ich glaube, das ist dieses eine Beton. Es wird abgeliefert und die nächste Drohne bewegt sich drauf. Schön. Wir brauchen jetzt den, der dann das nach oben bringt, damit die oben wieder die Sachen anspringen können. Wie gesagt, ich brauche einfach diese Forschung, Kontrollzentrum, nee, war es nicht. Wo ist ein Forschungsbomb? Hier wieder. Und der befindet sich natürlich unter Robotik hier irgendwo hier unten. Und das müsste ich halt erforschen. Wir machen jetzt gerade das Mars-Treibhaus-Gerät hier. Und danach würde ich schauen, dass wir halt wirklich, ähm, mal so weit wie möglich hier drin auch erforschen noch weiter. Tun wir uns mal ein bisschen forschen, weil die Geschwindigkeit ist ja echt, äh, atemberaubend slow. Kuppel ohne Leben. Ja, das ist klar. Ah, da ist ja auch zum Glück noch. Resources are low. So, dann tun wir das mal anschließen. Lagerbestand niedrig. What? Wieso denn das? Ich spreche ja das Sturm mit 1000. Äh, 1600 ist doch nicht niedrig. Aber wir tun halt nachts extrem viel mehr verbrauchen. Ähm, was habe ich jetzt für eine Oberweltfläche angemacht? Ja, eine Kuppel hat nur eine Lebenshaltung, das weiß ich auch. Ja, der hat jetzt alle aber mitgenommen. Ja, super. Äh, ja. Aber hier oben haben wir auch irgendwie meistens den... Nein, nicht einladen. Ähm, wo ist er denn jetzt wieder? Da. Entladen. Hier. 2,5 Milliarden haben wir aktuell. Ja, fehlt noch Sauerstoff und alles. Hier ist wieder alles pumpvoll. Bedeutet, wir müssen mal wieder auch ein... Oh, Temperatur. Cool. Lager für große Mülldeponie hier irgendwo. Option. Machen wir das schnell, dann können sie sich darum kümmern. Alter, wie die kleinen Ameisen da rumschießen. Voll süß. Ähm, was können wir denn noch bauen? Was war denn das jetzt? Dieses... Ein Treibhaus. Verbrennt eine Mischung aus Treibstoff und lokalen Kohlenstoff. Ähm, um Teibhaus auf heizusetzen. Vielleicht sollten wir das einfach mal hier mittendrin machen. Jetzt einfach mal hier hin. Globale Temperatur. Der Parameter Temperatur zeigt die globale Oberpflegentemperatur des Marks. Höhere Temperaturen werden für flüssiges Wasser, Regen und lokalen Pflanzen Wachstum benötigt. Die Temperatur wird durch Gebäude im Terraforming-Baumenü und unter dem Abschluss von Spezialprojekten erhöht. Der Temperatur-Hinweistext bietet weitere Ebenen. Also ich muss rein theoretisch wieder elektronische Geräte bauen und Maschinenteile gleich sogar produzieren. Wir haben minus eins Wasser aktuell. Achso, ja, weil die noch nichts repariert. Doch, die haben repariert. Warum ist Wasser jetzt niedrig? Das war jetzt wieder der Radius, wo dann das drin sein muss. So, bedeutet, ich nehme jetzt hier die Rohre und schließe die hier so an und genauso das mit Stromkabeln. Ich schicke jetzt trotzdem ein paar Raketen nach oben. Es wird grün. Guckt euch das an, es wird echt grün. Haben wir denn noch davon was? Haben wir noch, okay. Mein Handy ist fast leer, okay. Das ist nicht gut. Okay, Baufortschritte. Läuft. Brauchen wir aber trotzdem... Achso, weil die Kuppel keine Verbindung... Och, hey. Kann ich nicht rein theoretisch hier sagen, obwohl ich hätte halt gerne das Wasser dann hier. Lebenshaltung, wir machen das jetzt einfach so typisch. Rohre. Das geht leider nicht, wenn ich so einen Turm bauen kann, ne? Das wäre jetzt so cool. So, und dann... Schauen wir mal, wie weit diese Kuppel-Baureichweite geht. So weiter geht's nicht, bedeutet, ich muss dazwischen mindestens zwei Kuppeln noch bauen. Ja, Halleluja. Weil ich selbst, wenn ich hierhin gleich so eine zylindrische Kuppel irgendwie hingesetzt kriege, glaube ich... Ne, das funktioniert nicht. Ich könnte so eine platzieren. Aber selbst dann muss ich irgendwie bis nach da kommen. Und ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ne, so weit komme ich nicht, bitte. Ich muss hier noch eine Kuppel setzen rein, theoretisch. Ach, das ist doch schön. Und ich platze jetzt hier halt dann noch zwei. So, jetzt sollte alles passen. Lagerbestand ist niedrig an Essen. Dann wohnen wir doch mal... Wir hatten doch hier irgendwo draußen eine Pilzfarm für draußen. Die schließen jetzt mal hier an. Wie gesagt, sonst könnten wir eine Kuppel... Das müssen wir jetzt wahrscheinlich auch machen. Wir gehen jetzt hier auf Terraforming. Ebenen. Benötigte Gesteinsabfälle 14,8. Ich würde jetzt eine Rakete nochmal holen. Eine mit Fracht. Die uns... Ein bisschen davon liefert. Ein paar Maschinenteile. Ein bisschen Essen für gerade. Sterling Generator. Feuchtigkeit, Treibstoffe, Venerie, Drohnen haben. Polymerfabrik, Maschinenteile, Maschinenteile, Elektronikteile. Und die starten wir. Obwohl, wir können vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen. Dann starten wir das Ding. Wie viele Wohnflächen haben wir eigentlich noch? 33 freie Wohnungen. Wird schon alles freigeräumt. Wie schaut es hier aus? Hier fehlen noch die Elektronikteile. Ja, die kommen noch. Wenn wir hier dann noch so eine kleine Kuppel zwischenbauen oder irgendwas. So ein Dreieck einfach mit vielleicht Wohnungen oder mit Erheiterungsangelegen. Dann wird das schon funktionieren. Das Lebensmittelgeschäft gibt noch eine Nachtschicht, wenn es geht. Ach guck, wir lassen es aus. Hier fehlen elektronische Geräte. Das ist halt ein blödes Problem, wenn man den Scheiß nicht machen kann, ne? Okay, das haben sie jetzt geebnet. Dann versuchen wir so gut wie da zu ebnen. So gut wie möglich. Dass wir vielleicht die Kabel umsetzen können. Low-G-Forschung wurde abgeschlossen. Cool. Es geht wenigstens gut vor 600 pro Soul. Das kann man sehen. Riesenlager sind natürlich auch so eine Sache, die in Zukunft nicht gar nicht doof sind. Und dann große Wassertanks, große Sauerstofftanks hält. Oh, das ist ja natürlich schon geil. Dass wenn wirklich mal ein Ausfall ist, dass es einfach gut ist. Hilfreiche Gemeinschaft verringert die Gefahren, dass Kolossens den Nervenzusammenbrüch schweig erhalten. Ja, das ist vielleicht gar nicht mehr so unwichtig. Jetzt wollen wir mal raus und schauen, ob wir irgendwas zum Forschen haben. Rein theoretisch hier oben. Hier oben haben wir nur noch... Ich glaube nichts, was ich mit ebnen scannen kann, ne? Da unten wäre was zum Scannen, aber... Ich komme nicht nach da oben und nicht nach da unten. Das ist natürlich schade. So, und dann kann ich doch rein theoretisch jetzt sagen... Okay, ich hätte gerne mein Elektrokabel. Gerade so verbunden. Genauso wie ich die Lebenserhaltungsrohre... ...so gern haben würde. So, dann können wir das wieder zurückbauen. Irgendwie muss es doch eine Walze geben, wo ich dann das Netz vernichten kann, oder? Ganz ehrlich. Dem ist er halt noch durchtrennt. Wieso? Ist doch alles gut. Ich muss die Stromkabel hier halt irgendwie noch durchtrennen. Verschiedene Rovertypen. Den könnte ich zum Beispiel bauen, okay? Ich kann das auch mittlerweile bauen. Cool, ich kann das Drohnenhalb selber bauen. Unterirdische Heizung haben wir noch nicht erforscht. Ähm, ausschlachten. Schauen. Es funktioniert! So. Bedeutet, ich kann dann... ...hier sagen... ...hebnen. ...bis daran. Und hier würde ich gerne... Kann ich die kleiner machen? Größe zu ändern. So. Wasserchip. Das leise Piepsen des Terminals bedeutet, dass der Wasserchip in einer unserer Kuppeln ausgefallen ist. Der Chip kontrolliert die Wasseraufbereitung für die Helios 1 Kuppel. Ohne ihn wird der Wasserverbrauch um 400% erhöht. Wir hätten eigentlich Ersatzwasser sollen, aber wir wurden anscheinend irgendwo nach Süd-Kalifornien auf der Erde geliefert. Die Herstellung eines Wasserchips ist relativ kompliziert, sie dauert auf dem Maß 6 Zolls. Alternativ können wir einen neuen Chip von der Erde importieren. Wir können ein temporäres Filtergerät einbauen. 200% Versuche ein Herstellung zu bestätigen. Jetzt besteht die Chance des Fehlschlags, dass er aber noch weiter erhöht. Wir tun einfach die 250 ausgeben und einbestellen. Und wir haben eine Rakete, die zur Landung bereit ist. Wie sieht das eigentlich mit der Scanung aus? Muss ich da schon wieder was freigeben? Nein, nichts. Ah. No. So. Ist das nicht dein Gebiet? Instant geht's los. 15 Stunden Warnung aufgrund von einem Sensorturm. Jetzt geht's direkt los. Jetzt wird hier von A nach B geschickt, damit hier Sachen weitergemacht werden. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat uns gefallen. Wenn ihr alle einen Daumen nach oben da habt, wenn ihr den noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Woo. Everything changes. Bis dann. Ciao. Outro